Bildungssysteme müssen ja zwei Ziele aufeinander abstimmen. Also zum einen die Potenziale der einzelnen Menschen entfalten und zum anderen aber auch sicherstellen, was braucht die Gesellschaft. Und diese Abstimmung wird jetzt eben zunehmend schwieriger. Und deshalb brauchen Bildungssysteme insbesondere eigentlich drei Aspekte. Das eine ist Flexibilisierung, da sind wir auch gut gestellt. Wir haben das flexibelste Bildungssystem in der Schweiz mit einem starken akademischen Berufsbildungszweig Durchlässigkeit, da mal eine gute Ausgangsposition. Das zweite ist eine gewisse Agilität. Also Entscheidungsprozesse sind sehr lange, Rahmenlehrpläne, dann die Lehrmittel, sehr komplex auch geworden. Und da brauchen wir intelligentere Systeme. Also was hat längeren Bestand? Wo müssen wir dynamischer agieren? Und da können wir natürlich auch die künstliche Intelligenz sehen, die uns dabei unterstützen kann. Also in Richtung Smart-Government. Und das führt mich dann auch zum dritten Aspekt. Das ist die Digitalisierung. Und da steht jetzt momentan durch Covid ja auch sehr stark die Frage im Vordergrund, was machen wir online, was machen wir in Präsenz? Das ist jetzt auch wichtig gerade mit den hybriden Arbeitsformen, was verändert sich da. Aber das Bildungssystem der Zukunft sehe ich auch viel stärker. Diese smarte Bildung, also das personalisierte Lernen, auch basierend auf der künstlichen Intelligenz, das also herzunehmen und zu sehen, wie können wir Bildungsprozesse so gestalten, dass wir eine höhere Lernwirksamkeit erreichen. Aber auch smarte Lerngegenstände, smarte Lernräume. Das kann auch mal ein Garten sein, wo wir in der Schule Experimente mit smarten Tools durchführen. Also Lehrkräfte und auch wir, wir Lehrpersonen, wir bekommen sehr viel mehr auch Entlastung in bestimmten Bereichen, um Freiräume zu schaffen, um Projekte, Expeditionen, Experimente durchführen zu können, ja, um eigentlich auch Kinder, Jugendliche später, dass wir uns als Gestalter in der Gesellschaft auch erleben können. Wir sind jetzt erstmal im Bildungssystem so weit, dass wir diese Dimension der Digitalisierung verstehen und jetzt erstmal so diese Digitalisierung der ersten Welle gut benutzen. Also digitale Tools, wie können wir damit Lernprozesse besser orchestrieren und lernwirksam erhöhen, diese Potenziale der künstlichen Intelligenz zu nutzen. Da stehen wir jetzt eigentlich erst am Anfang und da sehen wir aber auch schon viele einzelne Piloten, was das bedeuten könnte, gerade für dieses personalisierte Lernen, wenn es auch Entlastung bringt, wenn wir personalisierte Rückmeldesysteme bekommen. Ich denke, da werden wir schneller vorangehen, weil wenn man die auch gut skalieren kann, gerade was zum Beispiel Schreibkompetenzen anbelangt, wie lernen wir Sprachen. Das werden solche Kompetenzbereiche sein, da geht es vermutlich schneller. Und in anderen Bereichen, also jetzt die sozialen Roboter, wie kann man die jetzt noch Gewinn bringen, da brauchen wir länger. Also auch welche Akzeptanz hat das dann in unserer Gesellschaft, da befinden wir uns jetzt eigentlich auch erst in der Diskussion und das ist eigentlich noch ein bisschen offener. Mit der künstlichen Intelligenz, die ja auch noch zusammenläuft, mit den wirklich neuen Entwicklungen, die wir auch in der Hirnforschung haben, ist tatsächlich vieles möglich und auch denkbar. Also nur um ein Beispiel mal zu nennen, es gibt ein adaptives Lernsystem in Stanford entwickelt, wo also sehr früh schon erkannt wird, gibt es eine Leseschwäche, gibt es da Anomalien und wirklich dieses System so ein Training anbietet, damit das ganz genau abgestimmt ist, nur auf dieses einzelne Kind. Also es ist wirklich sehr viel möglich. Pädagogisch sinnvoll ist dann natürlich, wenn das genau solche lernwirksame Förderinstrumente zur Verfügung stellt. Wenn das ein Enabler ist, dass wir sagen, wir können lernwirksamer gestalten. Und was jetzt auch noch ein neues Feld ist, also meinen Kollegen Siegfried Hanschuh hier zu zitieren, Human AI Co-Creation. Also wo kann es uns sogar auch kreativer machen? Wo kann es uns inspirieren? Also dass wir zum Beispiel einen gemeinsamen Schreibprozess mit der KI haben und wir Dinge entdecken, die wir vorher noch nicht entdeckt haben, dann bringt es uns eigentlich auch auf ein ganz gutes Kompetenzniveau, was ich nicht schaffen würde ohne diese Technologie. Und das ist natürlich auch pädagogisch wünschenswert.